Hallo, ich heiße Petra Stretker und habe meine Praxis in Börnsen. Ich bin Halbpraktikerin und war auch im Labor tätig, bin auch MTA. Aus meiner Halbpraktikerpraxis habe ich eben halt ein Standbein gemacht mit der TCM. Ich mache Akupunktur, daraus auch die Parietale-Osteopathie und jetzt die Hypnose. Und ich habe schon die strukturierte Hypnose gelernt und jetzt bei Nicole Wackernagel die absolut genialste Hypnose-Techniken, die ich also wirklich toll finde. Und sie haben mich sehr viel weitergebracht. Ich bin sehr viel selbstsicherer geworden. Die Erwartungen, die ich an diesem Kurs hatte, sind 150%ig erfüllt worden. Und ich kann dieses Seminar wirklich nur ganz, 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 ganz wärmstens weiterempfehlen. Und Nicole, Dankeschön.